Ah, wie gesagt. Doch, Panik! So, Angriff. Wo ist weg? Okay. Okay, mach mal heilen. Wir müssen dich hochbringen, Mädchen. So. Und? Ich geh mich dann im Quatsch. Jetzt krieg ich mal weg. Gut, in den Hals noch einmal. Ich muss mal so ein bisschen mehr Leben haben, ne? So. Gehen wir mal ab. Ne, ne, ne? Jawoll. Ich bin verlieben worden. Sehr schön. Mal gucken wir mal nach, ob wir jetzt weiterkommen. Lebensmäßig. Mensch, muss man grad einen Stuhl ein bisschen höher machen. So. Ein bisschen tiefer. So, jetzt passt's. Oh. So. Hm. Die Maus-Promen ja nicht wirklich. Kann man mal hier oben hin tun. What the fuck? Okay. Geil! Das haben wir mal gebraucht. Okay. Nette Move, Mädchen. Sehr, sehr nice. Hm. 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 Ein bisschen überwärts. So. So, bin ich zufrieden mit meinem Mikrofon. So. So. Wer hat die das gemacht, die Mädchen? Ah, ich muss... Rats! So muss das gehen. Ah. Ja. Sehr schöner Move. Sehr schöner Move. Den muss ich mir echt... Ja. Zack. Ja. Ja. Dann hab ich ein bisschen Leben noch. Och. Ehrlich. So. Wo sind die restlichen Viecher? Na? Wo seid ihr? So. Hats! Ahaha! Wie geil! Wo ist... Wo ist richtiges Diablo hier? So. Oh. Wups. Manni, 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 Manni. Meins. So. Afele Mäuschen. Stört mich nicht. Oh. Sehr schön. Einmal Klausel, ja. So. Ah. Was haben wir hier unten? Nix. Oder? Ah. Doch. Eine Kiste. Die wir noch nicht beachtet hatten. Ah. Bist du ein Stern wieder? Oder was bist du? Die Karte doppelt. Okay. Gut. Da haben wir nun mal die Karte gefunden. Ist ja auch schon mal sehr nice. Dann gehen wir mal hier. Links... Links war man glaube ich auch noch nicht. Was wir da haben. Guck mal hier eigentlich die Grabsteine lesen. Äh. Hätte ja sein können. Oh. Oh. Warte mal hier. Hm. Da ist der Ausgang. Gucken wir mal hier unten in die kleine Tasche. Was hier abgeht. Okay. Okay. Ein paar Gegner. Zack. 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 Okay. Das war's. Okay. Aber im Moment haben wir schon wieder ein halbes Leben voll. Das ist ja auch mal schon viel wert. Würde ich mal behaupten. Oh. Oh. Was nicht laufen kann die Alte. Meine Fresse. Hm. Ich hoffe das reicht für den Boss jetzt. Was wir hier haben. Hm. Mal gespannt ey. Ein Flitzebogen. Höhep Amnus für links das gecheckt glaube nicht Machen wir jetzt einfach Nein Bam Mein Leben Wow 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 Das war knapp Speichern wir mal ab, wenn wir sterben, ist immer wieder full live Alter, das war ganz knapp vom Leben her Na, was haben wir hier? Der Mäuschen, okay So magisch Ich halte mich so aus Oh, Jess Ratz, hab ich den Geld Äh, Geld, nicht kill Oh Na, okay So, weg bist du Also hier ist nix Okay Gut Dann gehen wir mal wieder zurück Was gibt's hier noch? Ja Nur dieser komische Banner da Okay Gibt's hier oben was? Hm Nein, auch nicht Gab's mal ne Kiste Die hab ich gestern gelootet Das weiß ich noch Oh, Diamantenhalskette Diamantenhalskette Des funkenen Klunkers Ihr wurdet soeben der erste Gangster-Fantasie-Held Okay Oh, speichern wir mal ab Die brauchen wir mich auch Ich möchte mich das ganze, äh, ganze Elementar voll haben Und wenn wir was machen, dann machen wir's richtig Ja Speichern So So Hm 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 Nicht zu rechts Ah, haben wir wieder gegnert? Oh, mehr, ich bin Ach, sterrt So, alle weg. Sehr schön. Jetzt wird's lustig. Jetzt kommen die Kloppe zusammen hier, Leute. Jetzt gibt's hier die richtige Diablo. Oh, Ring der Beherrschung. Okay. Nee, geht nicht automatisch. Uh, ouch. Komm zurück, Mädchen. Oh, noch, noch ein Item. Unterhose, was? Wow, 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 wow. Mein Leben. Wow, 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 wow. Das spreche ich mir auf jeden Fall ab. We, mein Leben ist echt, wie, ganz schön abgebaut. Dann nehmen wir mal sterben, legen. Ja. Gucken wir mal erstmal nach, was es ist. Ring der Rinderbeherrschung. Plus 17 Schaden gegen Kühe. Man weiß einfach nie, was sich das als nützlich erweisen könnte. Okay, wir haben noch diese komische Hose. Ähm, wo ist er? Hm. Nein. Hm. Ach, da ist er, da unten. Unterhose ist unfesselbar. Plus 205 Forstresistenz. Warm und bequem. Hm, hm. Okay, hört schon lieber an. Aber ich wünsche, ich hätte mal ein bisschen mehr Leben. Da hab ich denn da auch noch ein Pitzel, wenn überhaupt, ey. Ich bist eigentlich schon tot, sei denn, dort Anzeige. Aber die Höhle ist atmosphärisch voll cool gemacht, aber mich stört, dass man nicht laufen kann, echt. Oh, du bist noch gestorben. Okay, bevor ich sterbe. Okay, das war's. Tschüss, Leben. Hm, komm zurück. Leben. Oh. Oh, na. Oh. 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 Oh, sterb einfach. Oh. Oh. Oh, gefällt mal eine Kohle. So ein Scheißrader, ne? Oh, das kannst du verstanden. Ah, achte mal. Ah. Ah. Okay, er muss also schlagen und dann, ja, jetzt hast du gedrückt halt. So läuft das also. Oh. Oh. Wiedersehen. War ein nettes, kurzes Vergnügen. Oh. Und das. One. So. Ich glaube, mit dem Controlpad ist das einfacher. Das Spiel. Oh. Krass. Oh. Schnell fliehen. Oh. Zack. Oh, wunderbar. Nein, nicht schön. Oh. Oh. So. Und so auch noch weg. Oh. Ah, das muss. Das noch neben. Damit. Okay. Ein bisschen Geld noch. Sehr schön. Oh. Amok. Amok. Jawohl. Das ist echt ein Amok hier. Ich kümmere uns ein bisschen ins Licht hier. Oh, wow, wow. Wow. Knapp. Nein, lass uns in die Deutsch boxen hier. Oh, stirbt euch auch bitte. Danke. Puh, hu, hu. Oh, die sind ja kein Problem. Die auch nicht. Oh. Weg mit euch. Leben her. Wunderbar. Hier runter müssen wir. Da unten links ist mich safe gewesen. Oh. Zack. Alle weg. What? Hamster. Oh, nett. Okay. 50.000. Oh, mit dem Zahnwitz. What the fuck. Was? Boah, mit dem Zahnwitz. 10.000. 760. Boah. Oh, jetzt mach ich mal weiter. Wo schaffen wir den Boss damit, ey? Ich wünsche mir halt mal einen Unterschied zwischen Safe-Punkter. Das wäre gut. Oh. So. Oh, nice. Rams. Na. Oh, jetzt mal die Fische schnell weg hier. Woo. Wow, 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 wow. Wo? Alter, war das knapp. Soll ich das überleben? Gegen den Boss? Ha, ha, ha. Wie soll das denn gehen? Na ja, machen wir mal auf. Hoppla. Mein Herr, befallen wir euch. Ah, hab ich schon vorgesehen. Haha. Leck. Rennen. Oh. Oh, komm her. Ja, so viel mach ich Ich mach auch wieder mehr Schaden als das letzte Definitiv mehr Oh yes Das sieht schon wesentlich besser aus Das sieht schon wesentlich besser aus Ja, komm, stepp bitte einfach Oh shit Fuck Aber jetzt schaffen wir's Definitiv Der steppt jetzt Der kippt um Ja, ich hätte es einfach ausweichen sollen Ich Idiot Aber kann man halt's Kopf durch Sterbt Oh, die heben wir uns auf Für den Boss Die lassen wir einfach liegen Obwohl, gleich kommen wir sie gleich Ich weiß Ich will das Leben fast nur ansehen Oh Und tschüss So Guck mal Ja, komm, holen wir sie noch Wer weiß Für was das gut ist Oh, das ist eins verschwunden oder was Okay Ja, also mit dem Leben schaffen wir den Boss auf jeden Fall Brauch ich mich auch nicht mehr zu bewegen, glaube ich So, komm mal her, lieber Boss Was du Feines für mich hast Oh, da fehlen noch einige Items Und So, noch mehr Ja, ja, bla 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 Ich weiß Ja, ja So, noch mehr